Heute seht ihr die lustigsten Momente in Minecraft. Guckt auf jeden Fall bis zum Ende und los geht's. Oh, Kasper, in 10 Sekunden geht's los. Oh Gott, wo sind wir? Was ist das? Wir werden heute Skywars spielen, aber mit richtig, richtig krassen Kids. Was? Das ist das erste Mal Skywars für mich. Du musst mir das ein bisschen erklären. Wie funktioniert das? Wir kriegen auf jeden Fall ganz, ganz viele verschiedene Rüstungsteile. Wenn ich Redstone anbau, bekomme ich ein Herz dazu. Ja, genau. Das ist so. Und die Emeralds sind auch richtig krass. Mit Emeralds kriegst du so verzauberte Sachen. Ich seh's grad. Ich hab grad ein verzaubertes Dierschwert bekommen. Wie OP ist das denn bitte? Oh Gott, ein T-T-Ding, was auf. Okay, warte. Es gibt hier anscheinend auch noch andere Sachen. Es gibt hier, glaub ich, noch so... Was war hier? Andere Erze wie Lapis. Lapis bringt, glaub ich, gar nichts. Aber hier sind auch noch Emeralds. Emeralds bringt verzauberte Sachen auf jeden Fall. Die haben ja jetzt schon keine Chance mehr. Okay, ich kann dir ein Dierschwert geben. Ich leg dir eins hin hier. Komm, nimm. Ja, ja, okay. Dann immer her damit. Immer her mit dem Dierschwert. Okay, komm, rüber hier. Wollen wir uns hier rüber bauen? Da sind doch schon welche vor uns. Ja, okay, okay, okay. Dann bau dich gut rüber. Alter, die sind direkt neben uns, ne? Ich bin echt schlechter drin. Du musst mich echt carry'n. Okay, jetzt komm. Angriff! Wo sind die? Hier kommen die, hier kommen die, hier kommen die. Warte, ich komm, ich komm, ich komm. Fiffel, ich bin doch gleich so... Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Den ersten hab ich gleich, den ersten hab ich gleich. Ja, ersten hab ich. Nächsten. Okay, warte mal, das hat der hier. Die Hose und so. Hä? Da kommt jemand. Oder? Ich hab abgebaut. Ach so, abgebaut. Ach so, okay. Hier, shopp' dir, shopp' dir. Nimm, 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 nimm. Hier unten! Hey, wo kommt der her? Wo kommt der denn her, Alter? Der hat sich da... Der hat Schärfe 1 Ding, jetzt hat der. Hier, Enderperlen für dich. Enderperle. Enderperlen? Okay, ich hab... Warte mal, ich hab zwei. Du lieber zwei. Zwei Stück. Ich hab schon. Warte, da vorne ist einer. Wollen wir uns dich schnappen, oder was? Der guckt doch schon so komisch. Ja, ich bin noch ein paar Extraherzen mit. Hier, zack. Und zack. Was sind die Eisendinger? Blöcke. Ah, okay, pass auf. Wollen wir da rüber, oder was? Ich würd's sagen, oder? Wollen wir angreifen? Ich würd's sagen, wir greifen an. Okay, okay, ich bin bereit, ich bin bereit. Da rechts sind sie. Siehst du sie mit Enderperlen? Zur Not Enderperlen, ne? Zur Not Enderperlen werfen. Oh Gott, da ist aber noch ein Full Dia. Nicht rüber, warte, warte kurz. Oh, der hat Full Dia. Der hat Full Dia. Lass ihn kommen, lass ihn kommen. Der will Stress. Der will Stress. Der will Stress. Bringt das was? Bringt das was? Der will Stress. Ich hau ihn, ich hau ihn. Gefährlich. Ich hau ihn, ich hau ihn. Ja? Geh son zurück, geh son zurück. Lass ihn ruhig kommen. Hab ihn! Hast du ihn? Oh, er baut mich ein, er baut mich ein. Pass auf. Na Rainer, hol ihn dir. Nein! Nein! Ah! Nein! Oh mein Gott! Nein! Oh mein Gott! Wo bist du? Bitte! Enderperle! Oh, ich hab die geworfen. Oh mein Gott, ich bin... Oh Gott, da ist sie! Komm her, komm her, komm her. Ich bin in der Mitte, ich bin in der Mitte gespawnt. Ja, alles gut. Ich weiß, ich weiß, ich hab mich gesehen. Ach, es ist du, es ist okay. Da kommt einer. Oh, okay, bin ready. Ja, ich sehe, ich sehe. Gibt es hier irgendwie... Gibt es hier keine Bögen? Wie der Stress ist das? Ich hab einen Bogen, willst du den haben? Ja, warte, der ist hier, der Typ ist hier. Der möchte irgendwas. Vorsicht! Alter! Wo kommt der denn her? Ich bin fast draufgegangen. Hilfe! Los, hee ihn, hee ihn, hee ihn. Ich hau ihn, ich hau ihn, ich hau ihn. Die, die sind low, die sind low, der ist super low, der ist super low. Ich geh grad von hinten. Der andere kommt. Ich geh grad von hinten. Einen hab ich! Einen hab ich! Oh mein Gott, ist das knapp hier grad. Ich krieg hier nichts. Das ist gefährlich. Ich krieg hier nichts. Wo bist du? Hast du keinen Bogen? Ich hab keinen Bogen. Ich geh hoch, ich geh hoch, ich geh hoch. Angriff! Oh Gott. Du fällst und du fällst auch, Kollege. Hast du verstanden? Was mach ich? Einen hab ich, einen hab ich. Ich brauch hier gleich Hilfe. Los! Sehr schön! Jawoll! Oh, er ändert Perle, er ändert Perle. Hinterher. Ja! Okay, die allererste Runde haben wir schon mal gewonnen. Bin mal gespannt, ob wir es schaffen, drei Runden zu gewinnen, Kaspar. Ja, bin ich auch mal gespannt. Und hier sind auch sogar noch Diamant sich grad... Ja, du kannst auch ganz viele Kids auswählen. Ich hab jetzt irgendwie so einen gewählt, wenn ich runterfalle. Respawn ich, glaub ich. Den respawnst du? Ja, der kann irgendwas krasses. Ich hab auch den leeren Wandler, oder nicht? Ja, genau. Ach, hast du den auch? Ja, den haben wir auch eben schon gehabt. Oh gut, dann ist mir das nicht so aufgefallen. Oh, ist ein krasses Schwert auf jeden Fall. Und, was ist das? Jetzt hab ich hier dreimal Dings bekommen, ey. Was hast du da? Dreimal Schuhe bekommen. Zack, zack, zack. Brauchst du noch eine Eisenbusplatte? Hier, komm, liegt. Zack. Eisenbusplatte. Lass direkt in die Mitte bauen. Jetzt sind wir mal eine der Ersten. Komm. Okay, 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 okay. Let's go, let's go, let's go. Ich glaub, in der Mitte ist das ein krasser Loot. Ich hab noch die Schuhe hier. Oh, ja, ja. Würde ich nehmen, würde ich nehmen. Hier, liegen, liegen, liegen. Danke. Okay, einer kommt schon. Einer kommt schon. Ich hab nur, ich brauch unbedingt ein besseres Schwert. Ich hab nur ein Steinschwert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, warte mal. Jetzt kommen die, jetzt kommen die. Oder? Hier ist ein Schwert, hier, der Schwert. Das bei dir ist Schwert. Oh mein Gott, wichtig. Danke. Na, kommt doch. Alter, komm, die holen wir uns. Die holen wir uns. Ich hab halt keine Blöcke. Ah, du hast Blöcke, okay. Die holen wir uns jetzt, komm. Na, Jungs, haben wir beide ein Problem. Attacke. Pass auf, die haben schon Dierschwert verzaubert. Komm, ne, einen holen wir uns. Ja. Jetzt einfach rauf da. Na, was wollt ihr, Alter? Wollt ihr, habt ihr Schmerz raus? Wow. Alter. Nicht schlecht, nicht schlecht, aber. Komm, weiter, weiter, der hat nur ein Herz, der hat nur ein Herz. Der ist unsichtbar oder sowas. Der hat das ja eben abgebaut. Alter, der hat sich grad gedingens, der hat sich grad mit Enderperle weg gedingens. Jetzt hier zu ihm. Pass auf, das liegt was. Einen habe ich, einen habe ich. Alter, der war ja richtig schnell dauernd. Die hat Brustplatte, sehr gut. Sehr gut. So, komm. Hier sind noch zwei. Der möchte kommen, er will kommen, er will kommen. Oh mein Gott. Ich komm, ich komm, ja, ich bin ready. Zwei verschiedene. Hier rechts ist einer. Wir gehen auf den hier. Nein, nein, das ist gar nicht ein Team. Oh mein Gott. Nein. Ja, er hat mich geholt, aber ich bin, ich bin, ich wurde zurückgedingens. Der holt mich, der holt mich. Ich bin zurückgekommen, Kaspar. Ich bin zurückgekommen. Nein, der holt mich. Wo bist du denn? Der holt mich. Nicht draufgehen. Warte. Fall lieber runter. Nein. Fall lieber runter. Ich bin tot. Als ob, du musst doch nur runterspringen. Nein. Ja, der hat, er hat mich, ich wollte ihn dann noch haben, Alter. Ja, jawoll. Ah, gut, okay, ja, ich muss Goldböcker abbauen, okay, du hast recht. So, Schneebälle, wichtig. Oder Eisen, oder Eisen, glaube ich. Gold oder Eisen, weiß nicht mehr. Aufpassen. Gold, ist das eine Hose? Ich brauche nur eine Hose eigentlich. Bau ab da. Komm schon. Ich gucke ein bisschen rum ab hier, was du brauchst, aber alles gut gerade. Okay, komm, jetzt hier. Attacke. Angriff. Oh mein Gott. Schnapp sie dir, schnapp sie. Oh mein Gott, die Falle. Bau ab, baub. Was? Pass auf, jetzt, drauf. Ja, du hast ihn. Komm, die kriegst du, die kriegst du. Ah, danke. Oh mein Gott. Die verfolgen, die verfolgen. Das ist gar nicht gut gerade. Habe ich noch einen Pfeil? Ich sage nur, vor dir kommt gleich einer, vor dir kommt gleich einer. Vor mir kommt einer? Die verfolgen noch gar nicht. Nee, aber war neben, war neben. Oh, jetzt habe ich den verschwendet, den einen. Mann, Alter, du bist so langsam wie eine Schildkröte. Sieh zu jetzt. Gar nicht. Du, los, die Pfeil noch immer noch in die Mitte jetzt direkt. Direkt rein in den Kampf. Komm, komm, abstauben. Nicht mit Bogen. Doch, zwei Schüsse getroffen. Okay, rand da, rand da, rand da. Rand da, die sind alle low, alle low, alle low. Aua, wo kommt der denn her? Alter, der war unsichtbar, der war unsichtbar. Komm mal her. Oh nein, oh Gott, oh Gott. Jetzt feilt das Ding auch aus, da, du schaffst das. Jetzt kommt, jetzt kommt hier Flamme 1. Kommt her jetzt. Du musst Blöcke unter dich setzen, dann bist du schneller. Blöcke unter dich setzen, schnell. Bist du schneller. Ja, schnell, komm, komm. Ja, ja, ja. Jawohl, und jetzt rauf da. Attacke. Und rau. Attacke. Vorsicht, von hinten. Alter, zweier Team. Alter, voll viele, voll viele. Zweier Team. Los, den holst du dir, den holst du dir. Den hast du. Bam. Ja, ja, ja. Die sind voll schlecht, die machen ja gar nichts. Die hauen ja gar nichts. Oh, oh. Pass auf, der ist gefährlich. Der ist gefährlich. Der ist gar nicht gut. Oh mein Gott, die Mega-Kombo. Alter, der hat ja keine. Wow. Wow. Bau dich hoch, bau dich hoch. Jawohl. Wow. Weiter, 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 weiter. Weiter, weiter, du hast ihn gleich. Sag mal, Kollege. Randa, 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 du. Nein. Der billigste Falle der Welt. Oh mein Gott. Oh. Oh. Ja. Oh, die sind jetzt ohne schlecht. Free first, ohne card. Los. Komm schon. Nein. Hau ihn jetzt kaputt da. Nein. 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 Na, verdammt, ey. Ich sag dir, jetzt, jetzt, jetzt werden wir gewinnen. Meinst du, ja? Ich bin mal gespannt. Ich hab auch ein gutes Gefühl jetzt. 100%. Hier haben wir, wir haben nicht mal Diamanten hier, aber das ist das Problem, ne? Ne, stimmt. Ich guck mal mal ein bisschen was hier direkt. Keine Dias hier. Aber, oh, wir haben auf jeden Fall neue, gute Truhen. Oh. Und Eisenschwert, ne, noch Eisenschwert. Da war noch Eisenschwert drin. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Wichtig. Und ein Gegneranzeiger, so ein Tracker. So, zack, zack, zack. Redstone, Redstone. Das haben wir hier, das ist auch noch ein Redstone. Oh Gott, fast runtergefallen. Ein paar Blöcke. Ich hab jetzt ganz viele wichtige Blöcke. Können sich die Goldblöcke schon abbauen jetzt hier? Oh mein Gott. Alter, viele von diesen Dingern bekommen. Oh mein Gott, ich krieg nur diese. Was bekommst du? Au. Ich hab jetzt gerade voll viele von diesen Dingern bekommen. Oh Gott, Vorsicht. Vorsicht. Weg da. Alter. Meine ganzen Herzen wieder weg. Okay, komm, lass rüberhauen. Aber man kann so bauen. Ach so, man kann einfach davor bauen. Okay. Oh, ich krieg schon Hits. Was? Bro. Was? Was? Hä? Du musst zurück, komm jetzt. Der wird fest, der wird fest. Der drei hat es nur noch. Der kriegt auch weg hier. Der kriegt Augen. Oh Gott. Oh nein, seine Kiste. Nein, aber egal. Ich muss den Ding gerettet, Alter. Der hat direkt jetzt schon Dings gemacht, Alter. Der kam direkt rüber auf Action-Maction. Ja, der hat mich auch runtergehauen dann. Aber mir fehlen noch gute Rüstung. Wir müssen in die Mitte. Wir müssen in die Mitte. In die Mitte, in die Mitte. Ja, safe, safe, safe. Okay, komm. Warte mal, da baut schon wieder einer so komisch. Da vor uns. Die feiten, der ist schon full tier. Oh Gott. Okay, komm rüber. Oh mein Gott. Der kommt, der kommt. Ich brauche Hilfe. Oh mein Gott, der hat full tier. Oh, der hat so ein starkes Schwert. Komm, zu zweit kriegen wir den. Das bringt doch nichts. Hau in die Boombox. Ich habe ein Herz. Ich habe ein Herz. Oh oh. Oh oh. Oh oh, das ist gar nicht gut gerade. Das ist gar nicht gut, Kaspar. Lauf weg, lauf weg, lauf weg, lauf weg. Goldapfel. Lauf weg. Alter. Hilfe, Kaspar. Spring runter, spring runter. Spring runter. Ich bin ja schon einmal gestorben. Spring. Kaspar, Hilfe. Nein, ich bin tot, Bro. Ich hatte halt auch nur ein Herz. Was soll ich denn machen, Digga? Oh mein Gott. Der schnappt dich. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott, Alter. Das war ja nichts. Ich habe jetzt eine bessere Idee. So, ich habe jetzt ein neues Kit geholt, Kaspar. Okay. Und zwar ist das... Du musst auf jeden Fall gleich nicht mehr rüberbauen. Sagen wir auf jeden Fall so. So ist es versicher. Wieso, was macht das Kit? Kann das auch... Wie, was kann das bauen? Oder was? Auf jeden Fall nicht mehr rüberbauen. Das ist halt das Coole. Ja, es kann rüberbauen. Man fährt alleine. Krass. Ja, krass. Ich stapel jetzt hier gerade so viele Dia-Sachen, wie es nur geht. So, eine Hose noch. Bogen. Alter. Dia-Schuhe. Droppe ich dir. Liegt. Okay. Ah, ich habe... Ah, okay. Dia-Schuhe. Sehr gut. Sehr wichtig. Ich brauche... Ich brauche Dia-Equip langsam, Alter. Ich habe letzte Runde... Ich verhaue die ganze Zeit, weil ich ein richtiges Dia-Equip habe. Oh, Dia-Schwert sogar noch hier. Ich bin gerade echt sehr, sehr gut dabei. Nein. Äh, nein, 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 leider nicht. Leider nicht. So, okay. Jetzt können wir rüberbauen. Pass auf, guck. Guck hier jetzt. Ja, warte, warte. Ich guck. Zack. Komm mit, komm mit, komm mit. Boah, was ist das denn? Okay, okay. Direkt weiter. Direkt weiter. Okay, bitte. Loom. Was? Ich sage dir, das ist das krasseste. Und jetzt können wir diese Endertruhen aufmachen. Und da sind jetzt auf jeden Fall die krassesten Sachen drin. Ein paar Endertruhen hier noch vielleicht irgendwo. Wieso, was ist das? Da noch eine Endertruhe. Oh, hier sind auch Dia-Spie einfach rumliegen. Pass auf, nicht dass gleich jemand kommt. Ich sage es mal. Ja, die sind jetzt schon unterwegs jetzt gerade. Die wollen ja, die wollen ja ein bisschen Stress, glaube ich. Aufpassen. Hier sind zwei. Bam, 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 bam. Alter, bist du schon am fighten? Ich kriege nur Schuhe. Ich kriege nur Schuhe. Okay, ich habe schon mal einen. Ich habe das Leben von jemandem abgezogen. Okay, sehr gut, sehr gut. Okay, hier sind noch ein paar Dia-Sachen. Ich brauche Rüstung. Hast du Rüstung? Ich kriege nur Schuhe. Was ist das? Ich kriege jetzt nicht nur Schuhe raus aus den ganzen Sachen. Ich habe voll viele Rüstungen. Ich habe voll Hypoten und so. Bitte, lass treffen, lass treffen. Ich brauche das alles. Wenn wir hier hochgehen, können wir von oben sogar gucken. Verzaubertes Dia-Schwert. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Rauchst du ein verzaubertes Eisenschwert oder sowas? Nein, nein, ich habe Dia-Schwert. Ich habe Dia-Schwert. Ich glaube, da kommt schon was in die Mitte. Ja? Ja, die waren schon in die Mitte. Wo sind die? Hier vor mir, vor mir. Oh, Alter, nicht schlecht. Warte mal, hier Ender-Perle liegt. Warte. Oh Gott. Alle vier Sekunden nur. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bau dich da schnell rüber. Du hast dich da richtig schnell rüberbaut. Nein. Was machst du? Was machst du? Ey, Mann, das war außer Sehen. Das war nicht mit Absicht. Na gut, neue Runde, neues Glück hier. Komm schon. Oha, da ist gerade Dings gespawnt. Ender-Perle drin. Gespawnt in der Küste. Hast du eine bekommen oder was? Ne, da war eine, da war eine drin gespawnt. Aber das Ding ist, ich habe immer noch das krasse Kit jetzt auf jeden Fall hier noch am Start. Ja, sehr gut. Das ist das Gute. Das machen wir direkt, ich habe ein Dia-Helm für dich. Das machen wir gleich direkt wieder so. Hier, du schon. Ja, ja, das war das Beste so. Du hast ein Dia-Helm, wo ist der? Ja, ja, liegt noch hier dahin gedroppt. Perfekt, perfekt, sehr gut. So, jetzt alles noch Müll. So, dann kommen die ganzen Sachen hier weg, die schlecht sind. Brauchst du noch ein Dia-Helm? Okay, komm, wir gehen rüber jetzt. Okay, okay, okay. Ja, ready. Bam. So, wo ist die Mitte? Da ist die Mitte, ey. Was ist das für eine krasse Map? Ja. Da sind schon welche. Oh, ey, da ist schon jemand drüben. Wie geht das denn? Oh mein Gott, ich habe eine Kratze-Quip gerade bekommen. Wieso? Die Dia-Bus-Platte. Ich brauche unbedingt ein Schwert. Ich brauche unbedingt ein Schwert. Ich habe nur ein Steinschwert. Ich habe auch nur ein Steinschwert. Oh Gott, das geht so nicht. Das geht so nicht. Ah, verdammt. Komm, die kommen schon. Die werden mich holen. Zauberplastin! Ich habe nur ein Steinschwert, Alter. Ich auch, komm, zu zweit, zu zweit, zu zweit. Ja, ja, okay, 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 okay. Ich helfe, ein Herz, ein Herz. Ein Herz? Ich muss weg, ich muss weg. Aber ich habe nur ein Steinschwert. Ich kann jetzt machen dagegen den. Ich bin weg. Dann komm her, komm her, komm her, komm her. Warte. Da soll er mal kommen, Alter. Er hat da Angst gekriegt. Ja, okay, 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 okay. Ich muss hier, wir müssen... Hey, Bro, da war gerade eine Bier-Brustplatte und die ist weg. Eine Bier-Brustplatte, was ist das denn? Eine Dia-Brustplatte, meine ich. Du bist schon full Dia. Ey, ich brauche unbedingt... Ja, aber ich habe nur ein Steinschwert. Das ist das Problem. Ich muss zurück zur Base. Ich muss zurück zur Base. Ja, ich brauche unbedingt ein Eisenschwert oder so. Okay, ich habe ein Eisenschwert. Ich habe ein Eisenschwert immerhin. Immerhin jetzt. Aber die anderen Sachen, ich bin mit denen nicht zufrieden. Ey, die Brustplatte immerhin. Ey, die feigen jetzt halt alle. Die können uns halt nicht einfach so Equipments bei uns stellen. Wir müssen schon in den Kampf gehen jetzt. Okay, ja, gut. Komm, lass hier rüber, lass hier rüber gehen. Ich habe halt nur ein Steinschwert, ne? Ich mache kaum Hits. Ich sage es nur. Ja. Abstauben. Ich weiß. Abstauben, komm. Abstauben. Abstauben, die sind low. Wow. Pass auf, das ist gefährlich. Ich weiß, das ist sehr, sehr gefährlich. Alter, der freest. Nein. Los. Ich brauche Hilfe. Ja, ich kämpfe doch gegen die. Ja, einen haben wir. Ja, haben wir einen. Komm. Lippe weg. Ja. Hinterher, hinterher. Hinterher, hinterher. Schauen wir uns, die Schauen wir uns. Der ist gleich down, der ist gleich down. Oder halt Duten, oder halt Duten. Nein, meine Schneeballe treffen nicht. Schade. Oh, der war aber übel low. Der war übel low. Okay, ja, ich weiß, ich weiß. Oh, jetzt habe ich ja nie mal ein gutes Schwert bekommen. Hier war seine Kiste, ne? Hatte der noch die krasse Equip? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hatte der die Equip? Ja, ja. Komm. Ich komm. Hier, DIA. DIA, BUSSPLATTE. Oh, wichtig, wichtig. Dann lass die Kiste hier aufmachen, die Kiste hier, die fette. Oh ja, okay, warte, ich komm. Ich brauche noch kurz rechts und ab hier. Da kommt was in die Mitte. Da ist schon was. Hier, da ist was. Ist schon was? Ist schon was vor mir? Hier, verzauberndes DIA-Schwert, wenn du willst. Uuuuuhm. Verzauberndes DIA-Schwert, Kasper. Der will abhauen, der will abhauen. Nein, du rennst davor. Ich hole den. Ich habe ihn zweimal getroffen. Der läuft weg, der läuft weg. Warte mal, da drüben ist die Enderperle. Da drüben ist er. Ich hole den, ich hole den. Okay, 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 okay. Wo ist er? Der will Stress. Hast du ihn? Warte, ich hole ihn. Er baut sich hoch. Sei vorsichtig. Nein! Ich habe leider keine Pfeile mehr. Hast du Pfeile? Warte mal, habe ich nicht mehr. Schade. Jetzt baut er sich hoch wie so ein Angsthaar. Warte mal, da ist locker, hier ist locker, hier kriege ich locker einen Pfeil, ist raus. Oder? Nee, aus Eisen. Ah, verdammt. Auch nicht. Ja, nicht, dass der gleich kommt, ne? Minimal das Spiel wird jetzt aktiviert. Oh mein Gott. Knockback, Knockback Box. Warte mal. Okay, ich auch. Die Knallerkiste kann nicht gewerfen werden. Ey, Digga. Was ist das? Hey, hat er uns geworfen oder was? Nee, das habe ich gemacht. Ich habe eine Idee. Ey, außerhalb des Spielbereichs. Das ist außerhalb des Spielbereichs. Komm, den holen wir uns, den holen wir uns. Der will Stress. Ich habe nichts zum Bauen. Ich habe ihn gehitet. Nochmal. Er hat mich auch gehitet. Okay, ich kann. Vorsicht, pass auf. Guck nach oben, guck nach oben. Habe ihn wieder gehitet? Digga, der hat doch nicht mehr viel, Alter. Der kann nicht mehr. Guck, der läuft doch schon. Ja. Der läuft. Der läuft. Jetzt gibt es Ärger. Jawohl. Ja, 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 jetzt ist er unten. Jetzt kommt. Jetzt kommt. Jetzt kommt es mal Attacke. Komm, den haben wir gleich. Der muss jetzt mal geholt werden, jetzt hier der Kollege. Nein. Ja. Boah, oh mein Gott, Digga. Du hast mir echt den Hintern gerettet. Okay, komm, weiter, weiter, weiter. Den haben wir gleich. Den haben wir gleich. Der lässt sich noch eine NFL, oder? Ich schneide ab, ich schneide ab. Der sitzt aus. Boom. Nein. Er schmeißt. Aber die, die kommt nicht an. Jawohl. Aber ich habe keinen Kill bekommen. Ich habe keinen Kill bekommen. Der ist ein Voidwalker. Der ist neu gespawnt, der ist neu gespawnt. Voidwalker, Voidwalker, ja. Okay, der ist neu gespawnt, weil wir bei so einem Dingens. Wo bist du? Ich habe neue gute Sachen gerade bekommen. Hier ist ein Schärfe 1 noch schwer, wenn du willst. Ich habe, ich habe, ich habe, danke. So, eine Schneebälle habe ich auch noch. Warte mal, da hinten ist einer. Bau dich mal bitte hier rüber mit Quick Build. Da drüben steht einer. Siehst du den? Text, hast du irgendwas? Ja, Tacke. Den holen wir uns, den starten wir uns. Bau rüber, bau rüber. Der hat nichts. Der ist AFK oder sowas. Jawohl, siehste. Okay, der andere war wo? Ich glaube, der war auf dieser Insel in seinem Haus. Ja. Müsste doch der Voidwalker gewesen sein, oder nicht? Ja, der Tracking-Kompass. Oh, wichtiger Call. Das ist der, das ist der. Da ist der. Da ist der. Da ist der. Rüber, 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 rüber. Rüber, rüber, rüber. Der sneakt dann in mich. Nicht mit uns, Kollege. Das ist seine Base, Alter. Das glaube ich nicht, dass der da gammelt. Der gammelt ja echt jetzt oben oder so, ne? Hä, in dem Baum? Wir sehen ihn nicht. Der ist dahinter dem... Oh mein Gott. Oder? Wo ist der? Hä? Wo ist er denn? Ich habe kaum Blöcke zum Bauen. Der ist hier nicht. Der ist unter uns. Der ist unter uns irgendwo. Glaubst du? Der ist unter uns. Ja, das hat sich hier reingebaut irgendwo. Irgendwo muss er ja den ganzen Sitz sein. Irgendwo muss er jetzt hier ja versteckt sein unten. Warte mal. Wo ist denn der jetzt? Jetzt zeigt er mir die andere Insel an, oder? Sicher? Ja. Der zeigt mir jetzt da hinten die Insel an. Warte mal, was passiert, wenn man da rüber geht? Sicher? Ja, der zeigt mir hier diese Insel an. Die? Ganz klar, die Insel hier. Da ist er. Wie, als ob... Nein! Wie kann ich auf so einen Trick reinfallen? Egal, ich habe zweites Leben. Alles gut, ich habe zweites Leben. Aber hier ist doch gar keiner. Ja, aber der Kompass zeigt mir diese Insel an. Ich höre ihn. Hast du es gehört? Ja, ich höre ihn auch. Der ist hier irgendwo. Der baut hier unter uns. Angriff! Hörst du ihn auch gerade? Ja, das ist so ein Maulwurf. So ein Maulwurf. Da ist er, da ist er. Bam! Alter, der war die ganze Zeit versteckt. Na! Jawoll! Gewonnen! Das glaube ich jetzt nicht, Alter. Ja! Das ist genau, Kaspar, was geht? Guck mal! Willkommen zu dem Ninja-Lucky-Block-Race. Guck mal, da oben sind die Wache und so, ne? Das sieht voll krass aus. Und nur einmal kann heute das krasse Ninja-Schwert ziehen. Das ist hier irgendwo drin. Ich sag's ja, das werde ich hier auf jeden Fall holen, ne? Guck mal, ich werde zurecht mir das krasse Ninja-Schwert holen. Oh, schnell abbauen, ne? Guck mal! Alter! Du hast auch schnell abbauen? Ja! Guck mal hier, Alter! Ich fahre deinen Weg ab. Meine Spitzhacke ist kaputt. Nein! Tja, jetzt soll ich lieber ein bisschen aufpassen damit, deine Spitzhacke. Na gut, na gut. Guck mal, was ich hier in meinem drin habe. Nein! Alter! Au! Das hat sogar mir Schaden gehabt, wo ich hier drüben war, ne? Oh, auf einmal kommen da ganz so die Creeper an. Was soll das denn? Du bist einfach so verschwunden hier einfach irgendwie. Und? Warum hab ich so schnell? Ich bin doch jetzt bei meinem dran. Okay, zeig mal, zeig mal. Ich hab... Oh! Oh, was? Oh mein Gott! Bam! Hey! Bam! Hör auf! Oh mein Gott! Spare dir lieber die Pfeile! Bam! Ja, okay, okay, fürs End-Battle. Okay, okay. Ja, ja. Na gut, na gut. Ich hab auf jeden Fall ganz gute Rüstung gerade bekommen, muss ich sagen. Was kriegst du jetzt hier? Ja, bekomm ich jetzt auch. Und? Ey, was? Was? Oh mein Gott, ist der krass. Also eine Sache kannst du mir abgeben jetzt hier, ne? Nö, guck mal, hier willst du die Armbrust haben. Guck mal. Soll mal. Zack. Iiiiihihihi. Oh, was hast du gemacht? Du hast die Armbrust runtergeworfen. Oh mein Gott! Das glaube ich jetzt nicht. Die ganzen Potions! Alter. Hä, warum hast du gerade so viel Glück? Ich hab gerade echt nicht gut Glück. Ich hab ne neue Spitzhacke. Okay. Nimm mal mit, würde ich sagen. Weg mit der. Oh nein! Oh Gott. Das sag mal nicht nein, ne? So. Jetzt brauch ich auch mal was krasses jetzt hier. Komm schon. Ich brauch jetzt was krasses. Du kriegst aber schon noch was krasses. Silberfischchen. Aua. Oh Gott. Oh Gott. Ey, 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 ey. Die wollen wir mich auch runter. So, ich bin jetzt hier zurück. Mal gucken, ob die Silberfische bei mir noch da sind. Ja, ein paar sind noch da. So, zack. Okay. Warte. Äh. Oh Gott. Wie ein ehemaliger Badross-Profi. Baue ich mich hier durch. Was ist hier drin? Oh nein! Komm schon. Was ist denn das? Okay. Was ist denn das? Guck mal. Ist ein Zombie oder nicht? Ja, aber so ein Wasserbewohner oder sowas. So ein Wasser-Zombie. Okay. Oh. Ich hab ein Schwert. Du hast sogar schon eine Rüstung sehe ich gerade. Hä? Du bist schon von Anfang an, du blühen Fisch. Oh, oh mein Gott. Oh, jetzt kriegst du vier Lucky-Blöcke. Oh. Was kriegst du? Schweinchen. Oh, ein großes Schwein, oder? Ist das normal groß? Ja, ist normal. Ohne Hexe wie Katzen. Ey, die Katzenfrau. Ich will nicht sagen was, aber die Hexe... Au! Ey, Bro! Wie viel kriegst du denn? Mag ich nicht! Oh Gott. Ich hab das Schwein getroffen. Okay, warte. Pass auf, pass auf. Wir gehen noch die Weite auf, ja? Oh. Glückab. Oh mein Gott! Ey, Vergiftung. Einfach Vergiftung bekommen. Wir sind unsichtbar. Und du Peek-Gold-Apfel! Was? Jawoll! Alter! Wie viel Glück hast du denn bitte? Ohohoho! Ja! Okay, was krieg ich jetzt hier? Krieg ich jetzt bitte was Gutes? Nein! Schärfe 3! Was? Okay. Noch ein Peek-Gold-Apfel! Also echt! Was kriegst du denn für krasse Sachen? Ja! Ich bin ein... Jetzt krieg ich noch ein Schwert. Schärfe 5! Eisenschwert! Ist noch besser sogar. Oh mein Gott, Alter! Guck mal! Wo bist du? Never-Ride-Schwert! Never-Ride-Schwert! Und zwar zaubert mit... Lucky Swords! Schärfe 5! Was? Digga! 14 Angriffsschaden! Verbrennung 2! Rückschuss 2! Alter! Also du bist auf jeden Fall bis jetzt... Der Lucky Block gerade auf deiner Seite würde ich sagen. Ja, das würde ich aber auch sagen. Guck mal, ich krieg... Ich krieg Wasser! Ich krieg einmal Wasser! Okay, okay, okay. Warte, pass auf. Glaube ich als nicht. Ist da richtig frech hier. Ich hole eine krasse Lüstung. Oh! Oh! Oh mein Gott! Jetzt krieg ich nur blöde Sachen, oder was? Oh nein! Oh nein! Nicht diese Teile! Schnell, ich hole die! Nein! Weiter laufen! Weiter laufen! Du musst die abschließen! Schließ das hier schnell ab, das Ding! Warte, warte! Wo ist das? Auf meiner Seite! Da ist es! Ja! Ist down! Ist auch alles weg da? Alles weg! Alles weg! Die Endaments fallen alle runter! Ja! Das war's! Oh Gott, ihr kommt zu mir! Warte! Ein Luft auf! Oh nein! Nein! Nee hast du nicht! Hau gleich zurück! Ins Wasser! Du schaffst es! Oh was! Ich hab das ver... Neeeeeein! Neeeeeein! Den Lucky Bow! Oh mein Gott! Jetzt geht es darum, wer die krasse Rüstung bekommt, ne? Und das werde ich sein! Der ist echt krass, der Bow, ne? Okay, mal gucken! Komm schon! Ich habe ja jetzt schon krasse Rüstung! Ja? Was war das? Was denn? Oh mein Gott! Der Amboss, ne? Hör auf! Ja, dann hör auf mit dem Trident! Okay! Jetzt brauche ich ein bisschen Glück jetzt hier! Komm schon! Oh! Ich ne Gummizelle! Jetzt kriege ich auch die Armbrust, ne? Gefangen in der Gummizelle! Gefangen in der Gummizelle! Ich kriege jetzt gerade die ähnlichen Sachen wie du! Vielleicht kriege ich auch gleich mein Goldapfel! Ja okay! Vielleicht bekomme ich auch gleich ne Rüstung! Kann auch sein! Kann auch sein! Das kann auch sein! Oh! Patzenfrau! Bam! Ich kann auch Milch trinken, sehe ich gerade! Ich trinke jetzt einfach Milch! So! Zack! Zack! Hartmann! Jetzt gib mir mal ein bisschen Glück jetzt hier! Ich brauche jetzt mal was richtig krasses! Die gleiche Spitzhacke! Ne! Diesmal hat die äh... Was hat die diesmal? Die hat... Oh! Die ist gut! Die ist mit Glück und so! Die hat Glück! Oh! Da kommt der Spär zurück zu mir! So! Aufmachen! Na, was hast du hier? Lava! Ich brauche jetzt langsam mal Rüstung! Ich brauche langsam mal Rüstung, Alter! Oh! Enderperlen! Okay! Okay! Ja, wenn ich tue, würde ich langsam Rüstung haben wollen, ne? Weil ich hab jetzt... Was bin ich... Was bin ich auch nicht? Ich weiß! Nein! Rüstung! Oh mein Gott! Ich bin da ankommen! Weil du nicht gegönnt hast! Weil du nicht gegönnt hast! Zack! Rüstung! Ja, nicht schlechte Rüstung auf jeden Fall! Aber geht besser! Geht besser! Ne? Die sieht nicht schlecht aus! Ich hab Effizienz 4 auf meiner... Oh! Ne Nezerite-Spitzhacke? Steinspitzhacke! Ah! Okay! Das bringt ja gar nichts! Komm, jetzt brauche ich was kratzt jetzt hier! Oh! Naja! Schärfe 4! Naja! Weg damit! Das habe ich gebraucht! Genau das habe ich gebraucht! Oh! 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 Was kriegst du alles jetzt gerade? Oh! Abbauen? Okay! Und was? Ja! Ey, Digga! Boom! Verdammt! Okay, komm, ich warte den nächsten auf! Mal gucken, ob ich jetzt hier ein bisschen mehr Glück! Oh! Vier Lucky Blöcke habe ich jetzt bekommen! Okay, Sand, Alter! Bis ich jetzt wieder bei dir bin, da sind Jahre vergangen! Mir ist der Bogen runtergefallen, oder? Ich hab noch einen zweiten Lucky... Ne, das ist Flammer 1! Komm, du jetzt hier bitte mit den Lucky Blöcken ein bisschen Glück haben! Ja! Goldäpfel! Zelle! So! Die Goldäpfel jetzt gerade bekommen! Das war wichtig! OP-Goldäpfel oder normale? Nein! Jetzt haben die blöden Bienen jetzt hier gerade mein Lucky Lock geklaut! Ich check gerade, dass es gut ist, weil jetzt hab ich ja Holz! So! Zum Craften! Zum Craften, ja! Fällt mir gerade auf! Okay, okay! Ich mach mal den hier auf! Einmal einen Baum bekommen! Ich ärgere mich gerade über den Baum, aber da habe ich einfach einen Baum bekommen! Oh! Okay, okay! Das hast du bekommen! Nichts, nichts, nichts! Wieso? Sack! So! Gar nichts! Wieso? Ach! Frechheit! Lass mich! Hör auf! Du hast jetzt gerade mein Lucky Block weggesprengt! Ich hab gar nichts weggesprengt! Aua! Was, Digga? Was soll das denn? Ich hab Pech gehabt, wenn du hier irgendwie sabotieren möchtest! Ey! Wo bin ich denn jetzt? Was? Oh mein Gott! Ich hab noch einen Lucky Bow! Okay! Was machst du da hin? Geh wo! Digga! Ey! Das kann ich nicht glauben, Alter! Dass du so ehrenlos bist! Was? Was war da drin? Was war da drin? Nichts! Was war da drin? Ja, okay! Du kriegst es! Enderperlen! Ja, gib her! Brauche ich auch! Okay! Wie viele? Das sind nicht alle, oder? Das waren neun Stück! Und viele waren drin! Ich hab nur sieben! Ja, besser ist auch, Alter! Besser ist auch! Sicher, dass da Enderperlen drin waren? Ja, natürlich waren da Enderperlen drin! Versprichst du mir das? Ja, versprochen! Ja, okay! Dann glaub ich dir das auch! Okay, mach den nächsten auf! Ich mach den nächsten auf! Ich bin gespannt, was du bekommst! Mal gucken! Und... Schneemänner! Ach, die Schneemänner! Okay, komm! Du auf! Okay, komm schon jetzt hier! Oh! Alter! Du hast die Dreck abgebaut, die Kiste! Was war drin? Ein Spawner war das, glaube ich! So ein Spawner! Okay, komm schon! Nächster Lucky Block! So, aufmachen! Und... Oh! Da kommen die Spinnen auch gleich, oder nicht? Nee! Okay, ich dachte, da kommen die Spinnen geflogen! Okay, zeig! Was hast du? Okay, ich mach auf! Mal gucken! Mach du auf! Mach du auf! Und... Hey! Hast du Milch für mich? Nee, ich hab... Ich hab Milch! Getrunken! Okay, komm! Nächsten Lucky Block aufmachen hier! Und mal gucken, was kriegst du? Ein Spawner! Ey, Digga! Was ist denn das? Oh mein Gott! Ja! Okay, komm! Oh Gott! Was ist drin? Oh! Okay! Okay! Oh mein Gott! Vielleicht bekommst du vielleicht eine Dia-Rüstung, wenn du den gut kippst! Ja, ja! Dich da rein! Dich da rein! Ich hab... Ich hab... Eine Platte, ja! Leider keine Dia's bekommen! Bist du bereit? Oh, let's go! Oh mein Gott! Und... Okay! Du willst also Stress! Alles klar! Bam! Bam! Oh mein Gott! Bam! Digga! Was ist denn so stark, der Bogen? Na, der haut gut rein, ne? Digga! Der zieht mir acht... Digga! Was machst du denn da? Was machst du denn da? Hör auf! 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 Du kannst doch immer nur Bogen spielen, Alter! Was anderes kannst du auch nicht! Na klar! Komm her! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Hör auf! Hör auf! Ah! Ah! Bam, Junge! Oh mein Gott! Digga! Haha! Mach doch nicht wehen mit mir! Bist du euch schon tot oder was? Ich hatte ein Herz! Ich hatte ein Herz! Hör auf jetzt! Oh mein Gott! Digga! Das ist so unglaublich! Das ist so unglaublich! Bam Bam! Junge! Komm! Ja das ist ja wieder klar! Wieder den Angsthasenbogen! Wieder den Angsthasenbogen! Guckt ihr euch an Leute! Guckt ihr euch an den Angsthasenbogen! Komm her! Komm her! Trau dich doch! Oh nein! Trau dich! Trau dich! Boom! Stop! Stopp! Stopp! Boom! Trompsbogen hast du komplett abgelucht! Ja wow! Ich hätte auch komplett Bogenschießen können! Ja weil du auch nichts anderes kannst Alter! Wieso hattest du so wenig Herzen? Sag mal! Ich hatte auf einmal wenig Herzen! Das ist auch nicht warum! Pass auf! Ach so! Okay! Du kriegst jetzt die absolute Schnellpassrunde von mir! Na gut! Wo du gar keine Chance hast Bruder! Ich sag's so wie es ist! So und jetzt sag ich dir jetzt ist es ein komplettes Lucky Blockrennen hier! Okay! Dann lauf halt dann schon mal vorbei! Ich mal's nämlich alle im Stell! Aua! Also du willst jetzt so ein richtiges Rennen gegen das? Im Schnelldurchlaufen! Ja klar! Bekommst du! Bekommst du! Absurdes Lucky Lockrennen halt ne! So! Ich hab sogar die Farbe Gelb jetzt grad bekommen! Okay! So! Zack hier! Ey ich bin fast tot hier weil ich diese Vergiftung hatte! Oh Gott! Oh Gott! Ja die hat reingeknallt die Vergiftung! Nein! Nein TNT! Ja! Komm du fliegst hoch! Ey was hab ich für Pech jetzt hier gerade! Hier ist klar wer zuerst am Ende ist hat gewonnen! Wer zuerst am Ende ist hat gewonnen! Ich weiß! Ich weiß! Aber wenn du halt ne schlechte Eisend hast am Ende! Dann ist nicht gut ne! Wenn du ne schlechte Eisend hast! So! Ich brauch jetzt hier nur ein Schwert! Oh! Dierschwert! Schärfe 3! Nein! Und ich fall schon wieder runter! Nicht am Ernst! Tja! Und ich mach jetzt hier schön die Lucky Blöcke weiter! Okay! Oh! Okay! Das ist gut! Du kannst ja sehen was du davon hast! Ja! Ich hab... Ich seh grad was ich davon... Ab! Die laba magma Dinger! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Weiter geht! Weiter geht! Mein Dierschwert ist weg! Jawoll! Jawoll! Mein Dierschwert ist weg! Ey! Ich hatte gerade das Dierschwert einfach weg jetzt gerade! Ist das irgendwas? In Haus ist das? Was ist da drinne? Oh Gott! Hey! Hau mal ab mit deinem... Ich glaub es jetzt nicht! So jetzt ist mein Dierschwert jetzt gerade verschwommen! Weil ich es in dem Moment gerade ändern wollte! Ey Bro! Jetzt kommen mir diese Magma Blöcke! No! Lucky Stick! Einfach gerade einen Lucky Stick bekommen! Lucky Stick? Damit kannst du nicht... Ist ein Knockback Stick, ne? Damit kannst du nicht weghauen! Oh oh! Ein Gast! Zwei Gast! Aua! Ich hab noch zwei Herzen! Jetzt krieg ich noch einen Lucky Stick! Und krieg ich jetzt auch mal mit Lucky Sticks! Ja! Ah! Bitte! Oh Gott! Nein! Aua! Lederrüstung besser als nichts! Nein! Hau ab jetzt hier ihr Gaste! So! Kann ich das weghauen? Ja! Geht auf ihn rauf! Ja! Jetzt geht's auf dich! Alter! Was soll das denn jetzt? Oh nein! Oh nein! Jawoll! Kettin! Hau ab! Nein! Der ist den Tänning! Oh Gott! Oh Gott! Bro was ist denn die Zahl? Was ist denn das? Komm schon! Ja! Wichtig! Jetzt bin ich hier mitten im Eis! Oh Gott! Ey! Jetzt fall ich hier runter! Oh Gott! Aber ich habe jetzt gerade eine gute Sache bekommen! Oh! Was ist das für ein Bogen? Was ist das für ein Bogen? Nein! Jetzt bin ich eingesperrt! Lava! Oh! Weiter! 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 Ey! Ich fall wieder runter! Jetzt kriege ich auch ein paar Lucky Blöcke hier! Bisschen Glück jetzt hier mal bitte! Okay! Ich bin gleich am Ziel! Ich sag's nur! Ja! Immer mit der Ruhe! Immer mit der Ruhe! Ich habe ja noch gar nichts! Dann kannst du ein schnelles Battle werden! Ja! Wird sowieso ein schnelles Battle! Weil du keine Chance hast! Das ist doch jetzt schon mal nicht schlecht! Die haben wir ein bisschen Glück jetzt haben bitte! BAM BAM! Hast du schon jetzt ein Schwert ein krasses? Ne! Nein! Noch nicht! Oh Gott! Was war das denn? So dann hier! Weiter geht's! Jetzt komm schon! Oh! Krasse Rüstung! Krasse Rüstung! Lucky Rüstung oder was? Ja! Ne! So ähnlich! Also wenn ich tue, werde ich jetzt noch nicht durchs Ziel laufen! Ich hab mir leider auch gemacht! Boah! Jetzt kriegt noch ein! Mach ruhig! Ich bin bei den Sachen sehr zufrieden! Okay! Jetzt gleich auf deine Seite und mach deine auf! Ne! Ich sag's schonmal! So! Hier! Viel Glück dabei! Okay! Ich hab hier gerade genug! Digga! Alter! Hau mal ab Kollege! Ja! Hau bloß ab! Hau bloß ab von meiner Seite! Oh mein Gott! Was hast du? Hau! Was hast du bekommen? Was hab ich jetzt gerade alles bekommen? Was war das denn für ein Ding? So ein Kuchen mit allen möglichen krassen Sachen jetzt hier gerade! Au! Karma! Ey Bro! Mein Totem ist weg! Du bist weg lieber! Weil du mich gekillt hast! Nehmen wir das gleich Karma! Weil du auf meiner Seite bist! Los geht's! PwP! Oh! Oh! Ich hab sogar noch ein gutes neues Schwert bekommen! PwP sagste? Egal! Hiiiiihihi! Ich hab immer noch grad einen krassen... WAM Junge! Oh mein Gott! BAM! Oh mein Gott! Nein! Digga! Dein Bogen zieht mir einfach... Oh! Hat er gesessen? Dein Bogen zieht mir 8 Herzen Digga! Was ist das? Oh! Oh! Und so viel belastend jetzt gerade wenn ich du wäre! Das würde mich belasten! Na bist du da hinten irgendwo noch? Oh! 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 Ah! Oh! Oh! bekommen. Nein, warum sperrst du dich ein? Okay, warte, ich baue ab. Hier, komm raus, komm raus, schnell. Dann baue ich wieder Zug. Komm raus. Okay, aber ich habe jetzt hier ganz viele DM bei uns. Was hast du gemacht? Wizard, Wizard, lauf weg. Nicht dein Ernst. Explodiert er gleich. Explodiert er gleich? Vorsicht, glaube ich, oder? Ne, ich werde nur über den Haus. Ist er weg? Ist das hier? Oh, er schießt er, er schießt er gerade. Oh, wichtig, wichtig. Aber ich habe keine Rüstung, leider. Oh mein Gott, der Wizard schießt auf mich. Oh mein Gott. Ich bin getroffen. Lauf weg, lauf weg, lauf weg. Lass mich zurück. Nein, nein, nein. Ich gebe die Rüstung, pass auf, komm her. Okay. Irgendwas bräuchten wir. Brauchst noch ein paar Goldäppeln hier. So, eine Axte, ein paar Blöcke. Immer her, damit hier eine Axt habe ich schon. Okay, okay, okay. So, Blöcke. Wo ist der Wizard? Die müssen wir besiegen. Ich habe mal viele Diamanten. Warte, ich mache kurz eine Craftingbox. Warte. Ja, wir machen eine Craftingbox. Da können wir uns die Dia-Rüstung machen und Dia-Schalt und so wahrscheinlich. So, ich mache jetzt hier eine schöne fette Dia-Brust-Platte. Sticks, komm, hier liegt. Oh, warte. Und Schuhe. Äh, da sagst du was. Ja, so. So, jetzt ist mal hier schön alles. Boah. Schön, dass das Schwert hier. So läuft doch, sag mal. So läuft das Ganze doch. So lobe ich mir das. So, Alter, jetzt auf jeden Fall. Wir sind mit den Sachen jetzt hier sehr zufrieden, muss ich sogar sagen. Cool. Müssen weitere Lucky-Blöcke eröffnen, damit wir den Wizard aufhalten können, ne? Weil da sind irgendwann auch krasse Waffen drin. Ja, ich weiß, du hast recht. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch mal reingehen in das Haus, ne? Also wirklich, hier sind einfach kleine Jähnchen. Ha! Warte, was ist hier? Oh, hier ist noch ein Lucky-Block. Ah, mit irgendwelchen komischen... Oh, wie klein die auch sind, ne? Glaubst du... Oh, ja, jetzt kommt der ein Tier, Schwer, das ist mir grad gekrappt. Noch eins, aber... Ich hab was Wichtiges, komm her, komm her. Alter, warte, pass auf. Wie ist das? Oh, das ist gut. Weißt du, was ich meine, ne? So. Hängt der Uhr war da drin fest, oder? Das macht der da. Hängt, glaub ich, fest, ne? Also wir können sich jetzt mal zaubern, wenn du willst. Alter, schärfe mit 30 Level kostet das, schärfe 3 direkt. Ach, unser Junge. Jo, okay. Wir müssen weitere Lucky-Blöcke öffnen, wenn wir noch krassere... Alter, der Uhr ist da! Pass auf, pass auf, ich weiß, pass auf, ich muss aufpassen. Hau den, lass den hauen, lass den hauen. Komm, der legt da fest. Ja, ja. Du blöder Uhr... Ja! Ich hab TNT, ich hab TNT, wenn du willst. Ich kriege ihn gehauen. Alter, ist das der Füchse? Rote Füchse. Ah! Was ist denn das? Was ist das? Wir müssen irgendwas machen mit TNT, ich hab irgendwas mit TNT. Alter, hier sind noch Kisten. Hey! Der hat hier 10 Lucky-Blöcke geöffnet. Oh Gott. Elytra? Was ist das? Das mag ich alles gar nicht. Ey, er hat mich getroffen, er hat mich getroffen. Okay, komm, Mils, wir haben hier nämlich jetzt... Der ist irgendwie... Der Wizard ist durchgezogen, hab ich das Gefühl. Hier sind nämlich noch ganz viele Lucky-Blöcke drin in der Kiste. Oh, was? Ich nehm mal ganz ein Stack mit, und dann können wir die kleinen Lucky-Blöcke nutzen, um halt ein bisschen... Lass mal ins Dorf da unten runter. Genau, lass uns zum Dorf unten hingehen. Na, da können wir dann mit den Dorfleuten... Vielleicht können wir denen auch die Lucky-Blöcke einfach so geben, ne? Das finde ich auch witzig. Und die machen die dann einfach auf. Oh, Boost! Hey! Haha! Geboostet! Sind da irgendwelche im Dorf? Siehst du irgendwelche? Ich seh da gerade noch keine. Guck mal hier, da vorne geht das Dorf so noch weiter. Vielleicht sind da sogar irgendwelche anwesend oder so. Stimmt! Ich würd sagen, komm, ich mach jetzt mal den ersten... Aua! Den ersten Lucky-Blöck auf. Oh! Oh, was ist das denn? Oh, ich hab ja einfach nur Neverquartz bekommen. Okay, und Fledermäuse! Fledermäuse! Oh! Fallen! Oh Gott! Was für Fallen? Tin-Fische? Oh, du hast hier sogar Kisten bekommen, ne? Kisten, die bringen mir aber nix. So, was kommt hier raus? TNT! Oh, lauf! Pass auf! Das ist, glaub ich, doll. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, nee, okay. Hat hier sogar richtig viel Platz, ne? Um hier die Lucky-Blöck zu öffnen, Creeper! Oh mein Gott! Oh, Alter! Was ist denn da? Sag mal... Die waren gar keine Bedrohung, zum Glück. Guck mal hier! Steinschern! Da kommen hier nur Blöcke raus! Da kommen hier nur Blöcke raus! Da kommen hier nur Blöcke raus! Sag mir auch, was soll das? Was ist das? Dia-Blöcke zwar. Änderperlen! Okay. 16 Änderperlen. Ohne Dia-Packets. Okay, jetzt kommen wir langsam schon die, die etwas wichtigeren Sachen, muss ich sagen. Okay, verkür. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich helfe! Ja, hau, bloß ab! Skledde! So, weg mit dem! Schließen sich gegenseitig ab! So! Ich mach jetzt mal hier ne kleine Straße. Lucky Boy-Straße. So! Du darfst aufmachen! Oh nein! Guck nicht hin! Ich mach die Straße auf! Straße Nummer eins! Ganz schnell weiter! Ganz schnell weiter! Oh! Oh! Okay! Ja! Pass auf die Silberfische! Jetzt musst du mir eine Straße machen! Dann mach ich deine Straße auf! Okay, du machst jetzt hier meine Straße hier auf! Zack, 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 zack! Okay! Wählerweise! Oh nein! Gas! Oh mein Gott! Komm! Okay, direkt geholt! Der hat ja richtig lange überlebt! Der war nicht lange am Start! Wir brauchen am besten diese Ender-Augen da, ne? Ach, stimmt! Stimmt! Aber ich krieg hier grad irgendwie... Okay, noch mehr Enderperlen! Hier sind für dich Enderperlen! Bisschen Glück muss man doch hier haben! Oh mein Gott! Was ist das? Das sind doch festlacht die Blöcke, oder was? Oh Gott! Zurück! Die schnellen Zombies! Okay! Hopp! 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 Celik! Ich hab geworfen, ich hab geworfen! Oh Gott! Ich auch, ich auch! Ich wie na, die sind crowdlich weit! Uuuu! Ich hab nur noch... TNT! Oh oh! Oh seltsosesens 보� adesso! Oh noch? Lass mit dem Elytra losfliegen oder? Ja, können wir ja! Lass hochbauen und dann fliege und dann fliegen wir los! Komm, machen wir! Okay, 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 okay. Okay, bau dich nach oben und dann können wir nämlich über die ganze Karte fliegen. Uh, das ist auf jeden Fall wild, ne? Vielleicht sehen wir da von oben irgendwie einen Tempel oder irgendwie was, wo wir irgendwie Luke gehen. Und dann können wir da hinfliegen, ne? Dann können wir da dort die Lackenblöcke abnehmen. Warte mal. Oh, ich sehe da hinten schon so eine Pilzlandschaft. Wo? Boah! Da hinten ist was! Ein Portal da hinten! Wo? In die Richtung, in die ich gucke. Siehst du das? Ja, ja, okay, okay. Da fliegen wir hin, da fliegen wir hin. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, let's go! Wo ist das? Geht's zum Portal? Ja, das schaffen wir easy, Alter. Yes, let's go! Boah, warte ich cooler bin. Du kannst auch mal wieder hochfliegen, ne? Und dann wieder runter. Guck mal hier, Sturz, tu nach unten und dann wieder hoch. Ah, als ob... Ah! Oh! Nein! Ich bin nicht mehr weit genug gekommen! Ja! Oh, okay. Ender Perle! Verwalte deines Amtes! Und hier ist das Portal. Oh, zeig mal. Es fehlt auf jeden Fall ein bisschen Obsidian. Mal gucken, vielleicht kann ich das da her spawnen. Vielleicht, wenn man da ein paar Lucky Blöcke reinmacht. Warte mal, ich zeig mal, wie das funktioniert. Oh Gott! Alle rein da in die Lava! Ja, ja, ja. So musst du, jetzt so muss man das machen. Du musst das Portal zu Ende bauen. Aus Lucky Blöcke. Hab ich in so einem Video gesehen. Okay, ich verstehe, ich verstehe. Es sieht aus wie TNT. Oh Gott! Wow! Pass auf! Ich hab doch gesagt, dass da was krasses kommt. Es ist extrem viel krass rausgekommen. Ey, ey, ey! Lauf weg da! Du stehst auf TNT, Bro! Was? Was ist denn? Ey, nein! Du stehst auf TNT! Ich sag's doch noch! Das ist einfach geholt! Sorry, Mann! Mann! Was geht ab? Was geht ab? Frohe Ostern! Ja, gleichfalls! Ja, Osterhose! Danke! Schau dir das mal an! Guck mal, wie haben wir jetzt hier gerade? Schokolade. Was? Eier, die wir einsammeln können? Ah! Hey, du kannst mir die auch klauen! 25 Stück? Ach so! Lore! Lina muss 25 einsammeln! Oh! Okay! Oh, ich find die vor dir! Ich find die vor dir! Ich hab schon vier Stück! Ich hab schon vier Stück! Drei richtig, richtig coole Oster-Mini-Games in Minecraft. Oster-Spiele? Okay! Oster-Spielchen! Oh, ja! Ich find jetzt gerade keine Eier. Doch, hier sind Eier. Oh! Hier sind doch kleine Osterhasen, seh ich grad, ne? Ja, ich seh's grad! Das ist doch der Osterhase! Alter, ich sammle hier! Ey, ich hab schon neun Stück! Wie viele hast du schon? Elf! Elf schon! Alter, geh weg da! Ja! Das ist von mir! Ja! Weg in meine Richtung! Weg jetzt! Oh, ihr Pinkel ist das Schönste! Das ist sogar noch... Alter, du hast voll viel übersehen! Oh mein Gott, hier liegen voll viele! Hä? Oh mein Gott, Bro! Hier hast du 15 Stück! Oh mein Gott, wie viele liegen hier! Wie so viele hast du? Wie viele hast du? Guck doch rechts! Ja! Aber man kann nichts abbauen, ne? Man kann nichts abbauen! Ey, mir fehlen noch drei Eier! Dann hab ich 25 Eier eingesammeln! Und ich find die vor dir! Ja, ich find die vor dir... Eier! Okay, hier ist noch ein Ei! Aber... Warum find ich keine mehr? Oh mein Gott, ich hab auch 24! Oh mein Gott! Nein! Ich hab auch 24, Bro! Jedem fehlt noch ein Ei! Ein einziges! Ich glaub, hier in dem Haus fehlt uns ein Ei drin! Komm schon, lass hier noch irgendwo ein Ei! Ja! Fünf Stück liegen hier auf einer Stelle! Ja, du laberst! Hahaha! Du laberst! Ey, es liegen noch zwei Eier aus der ganzen... Nein! Mann, oh! Oh! Okay, derzeit ist das erste Oster Minigame für den Film für ich gewonnen! Ja, okay, okay! Nächstes! Nächstes! Wir spielen jetzt King of the Egg! Ich weiß nicht, was uns erwartet, aber... Oh mein Gott! Okay, rein da! Oh, lauf! Oh! Du hast das Ei! Oh Gott! Lass! Geh weg! Ha! Du musst... Nein! Du musst mich... Du musst mich einfangen! Explodierst du mich, oder was? Nicht der ganze Punkt jetzt gerade! Du musst mich einfangen! Bleib hier! Bleib hier! Äh! Bleib hier! Bleib hier jetzt stehen! Wiiiiiii! Ja, du kriegst mich niemals! Hä? Was? Ach, du bist ja schneller als ich! Ja, ja, ja! Oh, niemals! Hey! Hau ab! Ja! Hau ab doch! Ja! Okay, okay! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Hahahaha! Tschüss! Was? Komm her jetzt! Nein! Hey! Oh mein Gott! Das glaub ich als nicht! Ja! Jetzt hättest du geklaut! Das glaub ich als nicht! Nein! Ja! Ja was! Nein! Noch eine Wausch! Rewausch! Ja, okay! Weil wir so anders angefangen haben! Hey! Hey! Huh! Yeah! Bleib hier stehen! Ja! Wo bist du? Ja! 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 Bleib stehen jetzt! Lass mich in Ruhe! Ja! Die ganze Poki gegen mich! Wenn man schliegt ist dein Arme weg! Ey! Alter, die ist voll weit weggehauen! Komm her! Kaspar! Ja! Ja! Auf du her! Nein! Ja! Nein! Nein! Abstell! Ja! Oh mein Gott, ey! Ja! Wo bist du? Wo bist du? Ja! Ja! Das darf doch nicht wahr sein! Mir fällt ein Punkt! Mir fällt einen Punkt! Das nächste Ding und zwar jetzt haben wir hier nämlich noch die fan wie die kaputt machen sich gerade oh mein gott das riesige was glaubst du ist da drin der Osterhase das kann sein noch mehr da hinten oder oh mein gott an hier sparen die oh mein gott oh mein gott Runde zwei die werden immer krass. Vorsicht. Nein die hauen uns. Hilf doch mal mit. Du lässt uns da einen Stich hier. Ich warte hier kaputt. Das hängt da fest. Was machst du. Oh mein gott wir müssen hier bleiben. Oh mein gott. Ich komme hier aus dem Haus. Ich komme hier aus dem Haus. Hey da sind noch mehr. Die sparen immer bei den Körben. Okay 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 warte. Oh mein gott komm wieder. Oh mein gott hau die alle kaputt. Nein ich brauche Hilfe. Oh mein gott das große. Unser Ei ist schon halb down ne. Ich weiß es nicht gut. Das ist nicht gut. Oh mein gott hier. Oh mein gott hier. Ein großes Ei. Deine Seite. Nein ein kleines Ei futtert uns da auf hier und bam. Oh mein gott. Ja. Alter Häng da. So Alter. Hilfe. Nein. Einvasion. Du musst helfen. Du musst helfen. Einvasion. 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 Unser Ei darf nicht schlüpfen. Oh Gott es geht gleich weiter. Nein 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 nein. Ich hau dir oben weg. Hau dir oben weg. Hau dir 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 ab. Hau dir ab. Hau dir ab. Du ist gut. Du ist gut. Du ist gut. Die anderen hängen da hinten fest. Das ist schon mal gut. Wo häng die fest? Hier. Oh mein gott. Hängt da nicht mehr fest. Hier. Warte die ja kaputt. Warte die ja kaputt. Das war's, das war's, das war's, nein, nein, wir haben noch die Hälfte, da, macht die kaputt, hau die bloß kaputt die blöden Eier, locker ist er, hängt er hier wieder hin fest, ne, 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 ah, hier, ah, oh mein Gott, oh mein Gott, hilf mit, mach die weg, mach die weg, hilf doch mit bitte, mach ich doch, mach die blöden Eier weg. Die Eierschlange, die Schlange, so, bam, oh mein Gott, wie kommt da direkt raus, nein, 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 es sind viele, mach die Eier kaputt, nein, guck doch mal, ich hau doch dagegen, ja, du bringst jetzt gar nichts wie du aus hier, viele Runden überleben wir nicht mehr, oh mein Gott, andere Seite, andere Seite, ich brauch Hilfe, ich brauch Hilfe, ja, ich komm doch, hier, warte, sag mal, du bist ja super schlecht im Treffen auch, gar nicht, natürlich, so, hier weg, wo sind die Letzten, du bist auch so ein blindes Blinder O-Star, guck mal, hier unten, zwei Stück, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich komm auch von der anderen Seite, du guckst immer nur auf die eine, ja, ich muss auch die anderen davon abhalten, sag mal, ich glaub, du brauchst ne Brille oder sowas, ey, wir haben nicht mehr viel Eierleben leider, wir haben nicht mehr viel Eierleben, aber wir leben schon über 200 Sekunden, deswegen, alles gut, ist schon nicht schlecht, aber da hängt auch wieder eins, ne, wo hängt das Letzte, hier, ja, oh mein Gott, Nein, die schnellen Blauen, hilf doch mal mit, mach ich doch, hilf du doch mit, bist du nicht zu gebrauchen, sag mal, hilf du doch mit, ich bin über als der Osterhase, oh nein, unser Eier, das hält nicht mehr viel aus, ich weiß, das ist für die letzte Runde jetzt, glaub ich, oh mein Gott, oh mein Gott, nein, nein, 15 Runden, aber trotzdem nicht schlecht, ich muss sagen, echt nicht schlecht, ne, Guck mal, wo Katz war da vorne, Snoop1234, oh mein Gott, stimmt, du hast recht, was macht der, warum freut er sich so, was geht bei dem, der ist ja voll gut gelaunt heute, sag mal, oh Gott, vorsichtig, lass mal ein bisschen näher rangehen bei dem, er schreibt Juhu, ich will nicht, dass von ihm gesehen werden, lass mal herausfinden, was mit dem ist, das war richtig cool heute, wie schreibt der denn, der schreibt ja echt übertrieben komisch, ne, das stimmt, das ist das Haus von Snoop1234, ich seh's gerade, guck mal, hä, was, wie cool ist das denn, Okay, weißt du, wir können jetzt pranken, wir können seine Diamanten klauen, oh, er hat doch nicht drei Diamanten gefunden, ich wusste nicht, dass er, oh mein Gott, oh mein Gott, das Ding ist ja sogar heute vielleicht neu gefunden, das heißt, auf jeden Fall Diamanten am Start, haha, also wollen wir da hingehen, aber da können wir da einfach so hin, oder wie, nein, nein, pass auf, wir müssen uns jetzt am besten morphen, also morph dir jetzt mal am besten in ein Tier, ja, okay, mach ich mal, so, ich bin jetzt hier, guck mal, ich bin eine kleine Katze, warte, morphen und, was bist du, ein Hund, haha, okay, weißt du was, wir können jetzt so tun, ja, 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 wie schreibt der denn, sag mal, lass mal hier so ein bisschen so rumlaufen, ne, vielleicht fällt das ja auf, dass wir so ganz normale, ja, vielleicht sieht er uns ja sogar, vielleicht lässt er uns einfach rein, und dann können wir mit der Taktik einfach bei dem, stimmt, 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 oh, sieht der aus, hallo, 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 oh mein Gott, ja, hallo, was geht, was geht, was geht, was geht, alles gut, eine Katze und ein Hund, Bro, wie schreibt er denn, er schreibt Hund mit Tee am Ende, Hä, oh mein Gott, ey, Dickson, lässt uns rein, kommt rein, oh mein Gott, schreibt er, okay, oh mein Gott, ey, was, geh du zuerst, geh du zuerst, okay, ich geh rein, ich komm auch rein, ich komm auch rein, alter, oh mein Gott, okay, soll man echt reingehen, nein, lass nicht, ah, er macht doch, er macht wieder auf, lass nicht, doch, komm rein, komm rein, komm rein, ja, okay, ich bin drin jetzt, ja, und was jetzt, jetzt sind wir bei dem in unserem Haus drin, ne, hallo, 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 wo glaubst du, hat er seine Diamanten versteckt, habt ihr Durst, äh, ja, ja, wir haben Durst, äh, schon nicht schlecht, Hat er da, hat er da, hat er da ein Becker für uns, ja, ich glaub, er hat uns das, ich hol mal einen Eimer für euch, damit ihr Wasser trinken könnt, was, okay, dann geh mal nach unten, du bist, wir sehen uns gleich, ne, bist du, oh, bis gleich, bis gleich, oh, das ist jetzt unten, Kaspar, okay, weiß du, was, dass wir machen können, lass mal kurz gucken, in seinen Kisten, ich guck mal schon mal oben, oh, oben ist nichts drin, ist in der Mitte, was drin, äh, in der Mitte, ne, das ist auch nichts, und unten, da, die drei Diamanten, okay, schnapp dir schnell welche, ich nehme mir auch jetzt zwei Stück, okay, 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 los geht's. Oh, ist der unten da. Er ist unten. Siehst du noch? Okay, okay, okay. Ja, ich sehe es, ich sehe es. Okay, pass auf. Wir müssen am besten... Komm hier raus, komm hier raus. Er kommt, er kommt, er kommt. Er kommt, er kommt. Raus, 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 raus. Ist er da? Er ist wohl nochmal unten, glaube ich, gegangen, ne? Oh, 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 komm. Da ist er. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Schnell weg, schnell weg. Raus, 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 raus. Und jetzt hier wird er wieder normal, normal, normal. Normal, 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 normal. Haha, wir haben gar nichts gemacht. Oh, ich guck am Fenster. Warte, schnell, schnell, lauf weg, lauf. Lauf, 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 lauf. Lauf weg, lauf weg, lauf weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da steht er, da steht er. Oh nein. Er hat uns gesehen. Hey, er hat uns gesehen. Wir haben ihn hier. Nettel, lauf weg. Weg hier. Wir haben schon mal deine Diamanten geholt. Oh, er ist das traurig, der Arme. Okay, Kaspar, mal gucken. Ganz leise. Da vorne ist er nämlich, Leute, da ist wieder der Noob. Stimmt, du hast es echt. Oh, er hat Diamanten in der Hand. Oh mein Gott, ja. Er hat Diamanten in der Hand. Oh mein Gott, er schmeißt sogar die rum da, ne? Versteck dich, versteck die Schiffe offen da. Oh Gott, oh Gott. Er guckt nämlich, was macht er da? Der steht da und so ein toller Tag. Aha, okay. Der guckt um sich, der guckt um sich die ganze Zeit. Oh Gott, anscheinend hat er ordentlich Dias gefunden, ne? Ja, anscheinend hat er echt gut was gefunden. Oh, sneak dich auf jeden Fall. Oh, er guckt in unsere Richtung. Was macht er? Er hat mir ja der Diamanten in der Hand, ne? Oh ja, die Dias. Was ist denn mit dem, sag mal, meine Dias? Ah, alles klar. Oh Gott. Ein Deutschbuch schenken. Was macht er da? Der geht rein ins Haus, ne? Okay, komm, lass rangehen, lass rangehen. Okay, warte, lass mal hier, lass mal nach Dings gehen, lass mal nach Dings gehen. Hier von hinten. Weil ich hab ein bisschen was vorbereitet, ne? Was denn? Du hast eine gute Idee. Wir nehmen jetzt beide hier so eine schöne, schöne Diamante, so eine hier Spitzhacke, ne? Ja, schön crouchen die Handzeit. Der ist da gerade da. Nichts abbauen. Oh Gott. Das ist verrückt. Ich hab so viele gefunden, sagt er. Wo steht der? Da ist sein Name. Das heißt, da ist seine Kiste. Das heißt, da muss die Kiste irgendwo sein, ne? Oh mein Gott, stimmt. Okay, warte mal. Vielleicht können wir auch da mal so reingehen, das wäre auf jeden Fall auch nicht schlecht. Ja, safe, safe. Diesmal klaut sie keiner. Das heißt, er kann sich noch anders erinnern, was sie gemacht haben, ne? Ja, safe. Hörst du das? Der ist da immer noch... Hier an der Kiste war er gerade. Der war gerade an der Kiste, ne? Da ist er. Oh, geh da nicht hin. Da ist er, da ist er, da ist er. Okay, okay. Ich seh's gerade. Mal gucken, ich bin echt gerade... Ich hole noch mehr. Oh mein Gott. Ich seh nur seinen... Wo ist er? Da. Da, okay. Oh Gott, ich seh ihn auch. Oh Gott, das ist knapp. Er guckt um sich, er guckt um sich. Alter, das ist knapp gerade. Hab ich ihn gesehen? Wo ist er? Nein, 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 alles gut. Alles gut. Er ist weg, ne? Okay, er ist wieder... Er ist weg, er ist weg, er ist in die Höhle rein. Oh, sehr gut. Warte mal. Bevor wir uns irgendwie was reinmachen, vielleicht hätte er doch eine Holzstür gehabt, ne? Vielleicht ist doch einfach offen, die Tür. Ist so, Alter. Hey! Nein! Der hat jetzt ein Diamantschloss jetzt davor gemacht. Ey, und jetzt? Der hat so geplant gemacht, ne? Und zwar... Ja. Warte mal, du guckst erstmal, baust du mal nach unten. Seine Kiste ist in der Ecke da, ne? Okay, das bedeutet... Komplett in der Ecke, okay. Das heißt, wir müssen so hier einmal abbauen, oder was? Genau, bau dich schon mal runter. Warte, können wir nämlich mit Hopper, können wir nämlich seine Diamanten klauen. Ah, loll. Lass die Kiste. Eins, zwei, drei, vier. Und so. Und jetzt können wir hier mal ganz schön bauen. Ey, das tut jetzt so cool, ne? Wir werden jetzt alle seinen Diamanten... Und jetzt klauen wir den dir aus der Kiste raus, oder was? Ohne, dass ihr das nachher merkt, ne? Ja, das ist halt das krasse Ding. Loll. So, das heißt, hier... Also, so krass müssen wir auf jeden Fall jetzt hier nicht hin. Wir können eigentlich jetzt schon mal hier so... Ja. Das heißt, uns hier sogar zuzug kommen. Und dann mal kurz gucken, ob hier... Da! Oh mein Gott! Da ist schon mal eine Kiste. Ja, ich seh's, ich seh's, ich seh's! Das heißt, wir machen jetzt hier den Hopper ran. So. Ja. Und warte, hier müssen wir noch... Jetzt? So, die Wand. Und jetzt, pass auf, jetzt machen wir so und packen die Kiste hier runter. Ja, den nochmal... Oh mein Gott! Guck mal, die sind da echt in der Ecke runtergekommen. Also, jetzt hab ich sieben Stück hier. Ey, zeig mal, zeig mal, ich will auch welche haben. Pass auf, ich geb dir mal, äh... Der hatte da fünf Stück drin, das heißt, ich geb dir drei. Du kriegst drei von mir. Oh, korrekt, korrekt. Ehrenmann, danke. Jetzt hab ich vier, Biermann. Wie hast du jetzt? Okay, ich hab, äh, vier Stück auch insgesamt. Ja, lass hier schnell ab, so schnell wir können. Und jetzt müssen wir... Ey, wir müssen schnell alles wieder zumachen jetzt hier, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh ja, genau so soll das sein. Hier oben noch. Oh, Spaß, ne? So, jetzt hier schnell zumachen, Kasper. Ja, komm hoch jetzt, bevor er kommt. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. So, ich beeil mich doch schon. Ich beeil mich doch schon. Los, komm hoch hier nach oben. Du musst nach oben. So, ich komm doch schon, ich komm doch schon. Oh mein Gott, er ist da beim Haus. Er ist beim Haus. Du hast recht, du hast recht, du hast recht. Leise, leise, leise. Hab noch mehr. Er hat aufgeschossen. Oh mein Gott, lauf weg. Was ist jetzt? Lauf weg, lauf weg, lauf weg, lauf weg. Lauf, 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 lauf. Der wird nicht locker sehen, dass der diamant da drin war, nicht? Oh mein Gott, er hat sie ausgefunden. Lauf, 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 lauf Was macht ihr jetzt, was macht ihr jetzt Meine Dias Oh Gott, einfach schnell abbauen hier Oh Gott, einfach schnell abbauen Oha, okay, nicht schlecht Oha, können wir nochmal was holen Alter, guck dir mal das Baumhaus an, Kasper Was geht denn da ab, das sieht ja übel strong aus Oh Gott, guck mal, wer da ist Das Loop 1, 2, 3, 4 schon wieder Stimmt, stimmt, was macht der Ganz vorsichtig, sagt er Was meint der damit Er guckt um sich jetzt, glaube ich Denkt der, dass wir hier schon wieder um die Ecke sind Oder was Ich glaube, der hat neue Diamanten, glaube ich, gefunden Was macht der da, der steht da Er steht da einfach nur rum, extra gebaut dafür Oha Ah, da ist so ein Steinhaus, oder was hat er da Ne, das ist ein Baumhaus, oder das Steinhaus Hat er mich gesehen, hat er mich gesehen Hat er sich gesehen Ich guck oben, hier sind nirgendwo welche Hier sind die, hier in der Kiste, direkt mein Bett Oh mein Gott, okay Ja Elytra haben wir sogar Los, weg hier Ja, Alter Und hinter uns verbrennt das Haus Er sagt, ey, ich habe ja das gesehen Ich habe ja das gesehen Oh mein Gott, weg, 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 weg Ich bin jetzt hier Ich bin gelandet Oh mein Gott, wir haben einfach die Tiers bekommen jetzt Ey, wir haben einfach echtes Bau Alter, das war echt gerade ein richtig guter Weg Oh mein Gott, das brennt da hinten einfach immer noch Bekommen Oh lol Okay, das sieht echt gut aus, ne? Okay, okay, okay Das Haus ist auf jeden Fall krass Du musst jetzt hier ne Kiste verbreiten, hast du eben gesagt Ja, guck am besten direkt mal rein Mini Drill und Portal Gun Und zwar eine Bohrmaschine und eine Portal Gun haben wir da einfach am Start Ja, richtig krank Hier habe ich so viel Dias, sagt er Okay, der ist gerade unten, ne? Oh, der hat voll viele Kisten da unten Der hat voll viele Kisten Ich sehe es gerade Warte, nicht, dass er uns sieht Nicht, dass er uns sieht Also pass auf, die Portal Gun funktioniert so Du kannst zwei Portale setzen Da können wir uns dann hin teleportieren Warte mal, er hat so ein Safe dahin Okay, dann lass das Portal oben setzen Ja, sehr gut, sehr gut Und noch einmal Und hier auf den Boden oder so Ja Oh mein Gott, jetzt können wir hier rein Können wir hier rein Oh mein Gott Oh mein Gott Ich bin drin Der macht da wahrscheinlich oben seine Kisten Warte, weil er noch mehr hat jemanden gefunden Oh mein Gott Und er hat doch gesagt, er hat ein Safe Aber wir können ja Stimmt Mit dem Ding Mit der Bohrmaschine Können wir ja theoretisch sagen Safe Aber glaubst du, das hört der, wenn wir jetzt hier Sollen wir einfach losbohren? Wenn wir jetzt bohren, hört der auf jeden Fall Ich glaube, er ist weg Wer? 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 Stimmt Oh mein Gott Oh mein Gott, okay Alter Ich bin drin hier Okay Komm rein Alter Das war ein bisschen hier schon mal die, 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 äh Die Kisten, vielleicht hat er hier schon die erst drinnen Nee Aber die gehen voll schwer auf sich gerade, ne? Ich hatte den Safe hier irgendwo gesehen Hier ist der Safe Oh was, die Tür Okay, warte Bist du bereit? Wenn wir die aufbohren? Wir wollen die aufbohren, ne? Drei, zwei, go Okay, machen wir Los Ja Oha Oh mein Gott Guck dir das mal an Oh mein Gott, was hat er? Ey, hier muss das irgendwo in irgendeiner Kiste, muss das echt drin sein, ne? Ja, ich guck die ganze Zeit schon Ich boh hier nochmal was ab hier Nee Boah, wir fangen alles ab jetzt hier Und abbauen Warte, vielleicht sind die Dias noch an dem Öfen drin, aber auch nicht, ne? Hier auch keine, auch keine, auch keine Äh, hier entwiesen Oh mein Gott Wow Guck in der Kiste Oh, ich seh es gerade Hier alles mit, so viel es geht Bau dich einfach durch Guck dir aus Einfach durch, oh mein Gott Und jetzt mach Portal Vorsicht Mach, mach Portal Äh, das Ding Mach, äh Ja Nein, es geht nicht Okay, warte, warte Hier oben, hier oben Und lauf weg Und durch Lauf weg Oh mein Gott Hä? Wo bist du? Ich muss raus Ich muss raus Der kommt gleich wieder Ey, ohne Spaß Das war gerade echt zu witzig, ne? Da ist ein Loop schon wieder Also mal Der probiert es eigentlich jedes Mal, ne? Ist so, ist so, ist so Was ist mit dem? Oh mein Gott Der Obsidian Base Äh, ne Dingens Ne Bedrock Base Ich seh es gerade Bedrock Base Extra vorsichtig Was war der denn damit? Er guckt glaube ich ein bisschen Jetzt Ah, sogar aus meiner Base Was aus meiner Base Glaubst du, der ist sauer Dass wir da bei ihm Die Sachen geklaut haben Die Dias? Die haben sogar aus meiner Base Diamant geklaut Oh mein Gott, oh mein Gott Hä? Denkst du, der redet echt gerade Über die andere Base? Ne, ich glaube nicht Oder Guck mal, das ist aus dem Baum Alles weggebohrt Oh Gott Okay, er redet über die andere Base Er redet echt über die andere Base Und jetzt? Hä, was hat er Warte mal Das war ein besserer Das ist mein bestes Haus Sagt, da Okay, okay Was ist denn da? Was ist denn da? Guck gerade mal Guck, dass er mich sieht hier Oh, vorsichtig Der darf uns nicht sehen Da hat er eine Kiste drin Ah Ich seh's auch Was hat er da? Hier bricht keiner ein Okay, aber Glaubst du Oh, er packt irgendwas in die Kiste rein Oh, er hat Diamanten Er hat Dias in der Kiste Oh, er guckt trotzdem um sich Er weiß noch nicht, dass wir hier sind Er tut so, als würde er wissen Dass wir hier zugucken Leit gesneakten Ja, 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 auf jeden Fall Ich hab manchmal das Gefühl Er guckt uns schon in die Augen rein Ich hab auch das Gefühl Dass er uns schon sehen kann Hä, aber Ist doch voll einfach, da rein zu gehen, oder nicht? Was? Wo ist er schreckt? Hier Er weiß, dass wir irgendwo sind Ja gut, weil wir auch immer von ihm was geklaut haben, ne? Ja, ja, er weiß, dass wir ihn beobachten, glaube ich Ja, ja, okay Hier kommt niemals rein Oh, ihr kommt niemals rein Oh, okay Ihr kommt niemals rein in sein Haus? Er platziert da irgendwas gerade Was macht der da? Hä? Er hat irgendwas oben platziert Guck durch Was hat er denn da? Was hat er denn in der Hand? Ein Knopf Er hat einen Knopf in der Hand Er hat einen Knopf in der Hand, ne? Ja, ja Irgendwas probiert er da Er legt da irgendwelche Sachen hin Hä? Okay Okay Ich weiß noch nicht, was das ist Aber er legt da Ich weiß das auch nicht Was ist das? Okay, und jetzt? Er hat noch irgendwas hingelegt, ne? Hä? Was ist denn das? Ich weiß es auch gerade noch nicht Und jetzt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott Du bist doch verstecken, verstecken kurz Er guckt gerade Er sagt niemals Ich glaube, er löst euch irgendwas aus oder so, Kasper, ne? Ich glaube auch Was hat er da? Er geht hinters Haus Er sagt, ha, ha, ha Hä, er läuft weg Oh Gott, okay Was ist da, glaubst du? Ich weiß nicht, was da jetzt passiert Okay, okay, lass mal gucken gehen Lass mal gucken gehen Was glaubst du, was er da jetzt gemacht hat, Alter? Gute Frage Irgendwas hat er aktiviert Da hat er so einen Laser-Sound-Effekt Oh mein Gott Was? Er hat einfach so einen Laser hierhin gebaut Aber, ähm Können wir nicht einfach durchgehen? Oh mein Gott Oh Gott, nein Nein, 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 nein Geht er nicht, geht er nicht, geht er nicht Oh mein Gott Okay, das ist krass Ähm, wie kommen wir da jetzt am besten rein? Ich weiß, du hattest doch da eben ne Kiste noch gehabt Na, warte, was war denn da drin? Mal kurz gucken Die war hier, glaub ich, im Wald oder so, ne? Wo hast du denn hier versteckt? Die muss doch hier irgendwo sein Hier vorne Hier hinten, hallo Hier Achso, okay Okay, und da Oh, ja, ich denke mal, dass wir damit da reinkommen sollen Okay, damit kommen wir echt rein? Okay, lass mal, okay, warte mal Jetzt bin ich mal gespannt jetzt hier Ich weiß es nicht genau Ich bin echt sehr aufgeregt Also, wenn das klappt Das ist, äh, dann können wir die Eine rein, eine raus Okay, also du darfst nicht anfangen Okay, ich schmeiß rein Lass mal los jetzt hier Mal gucken, was klappt Oh, mein Gott Okay, warte, ich glaube auch Oh, sehr gut Okay, was hat er hier drin? Oh, mein Gott So viele Diamantlöcke Was? Machst du hier alles mit? Nimm dir alles mit Oh, mein Gott Hier alles rausnehmen Okay, und jetzt können wir damit auch wieder rausgehen, oder was? Ja, ich glaube, ja, ich glaube, ja Okay, komm Oh, ja Oh, Gott sei Dank Wir haben alle Dias geklaut Oh, der arme, Leute Sehr gut Das war's auf jeden Fall gewesen, Freunde Wenn ihr auch von euch melden möchtet Wie wir Noob1234 trollen Dann lasst einfach gerne ein Like und ein Abo da Checkt unbedingt hier, Leute, dieses Video aus Und haut rein Bis morgen Ciao, ciao